Ja, moin Leute, ich mache euch hier mal eine einfache Grafik mit XY fertig für das Thema Humusaufbau und Mineralisierung. Die Striche unten auf der X-Achse könnt ihr euch vorstellen, das sind die Prozentzahlen an Humus, aber jetzt Humus aus Kohlenstoff errechnet. Das ist kein kolodialer Humus, das ist nicht alles Dauerhumus, da ist auch eine ganze Menge mit bei Wurzelexudate, Bodenleben etc. Das ist einfach die Summe des aus Kohlenstoff errechneten Humus-Sol-Organic-Metan. Und die Y-Achse ist einfach die Menge, was entweder auf- oder abgebaut wird oder auch zusätzlich appliziert wird. Jetzt habt ihr hier die grüne Linie, das ist der Humusaufbau. Das heißt, wenn ich ganz wenig Humus habe, stecke ich sehr, sehr viel in den Aufbau. Und die rote Linie ist unser Humusabbau, also unsere Mineralisierung. Habe ich viel Humus im Boden, wird auch viel davon wieder verfügbar. Und in diesem Beispiel treffen wir uns hier bei der Schnittmenge bei zweieinhalb Prozent, was jetzt für diesen imaginären Bodentyp bei dieser derzeit gegebenen Bewirtschaftungsmaßnahme und der derzeit gegebenen Applikation an organischen Düngern und wie viel Zwischenfrüchte und welche Fruchtfolge in der Fruchtfolge ist, Hackfrüchte blablabla etc. Was bei diesem Boden gerade einfach so gilt. So, der Teil bis hier, der kommt nicht von mir. Den habe ich mal, ich glaube, 2014 oder 2015 bei irgendeinem Vortrag, der bei der GKB lief, mitgenommen. Und die Kurven, die sind auch in Wirklichkeit nicht ganz gerade. Die verlaufen so ein bisschen exponentiell. Aber jetzt einfach für unsere Darstellung ist es so natürlich mal einfacher. Und alles, was jetzt hier rauf folgt, das ist eine Hypothese von mir. Also das heißt, sie muss nicht unbedingt 100 Prozent richtig sein. Und da sind natürlich diverse Details drin, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Und ich will das ein bisschen einfach halten, einfach fürs grobe Verständnis. Also nicht nachher blablabla, dies, jenes ist falsch. Ich mache es grob, damit es alle verstehen. So, was passiert jetzt, wenn ich die Menge an Organik, an Zufuhr von Kohlenstoff erhöhe? Sei es über organische Dünger oder sei es eine Zwischenfrucht, die dann wächst, wo sonst nichts wachsen würde. Dann würde ich eine bestimmte Menge hinzugeben. Und damit schiebe ich die grüne Linie ein bisschen nach oben. Wobei es ja im Endeffekt egal ist, ob ich sie nach oben oder nach rechts schiebe. Es kommt ja von der Kurve das Gleiche raus, aber in unserem Beispiel, ich schiebe sie eigentlich nach oben. So, und der Schnittpunkt, der verschiebt sich jetzt in dem Moment nach rechts. Das heißt, unser Boden bewegt sich auf Dauer dahin. Jetzt ist es halt nur so, solange ich da durchflüge und das alles wieder verbrenne, da habe ich jetzt keine Zeichnung dazu gemacht, dann ist es so, als würde ich die rote Linie auch nach oben schieben. Und ich bleibe natürlich dabei. Also ich kann mehr hinzufügen, aber ich erhöhe nicht wirklich den Gehalt an Kohlenstoff im Boden. Ich mineralisiere mehr, habe natürlich in dem Moment mehr Wachstum. Das ist natürlich erstmal gut, weil eine ganze Menge an Nährstoffen mobilisiert ist. Aber das Problem ist, es wäscht auch sehr, sehr viel aus. Und das sind nachher die Sachen, die ich nicht mehr nutzen kann, die sind dann weg. Und dann hier nochmal kurz so eine kleine Grafik. Es geht jetzt hier rein um den Kohlenstoff, der aus dem Boden rausgeht. Und der Kohlenstoff kommt ja aus dem, großteils aus dem kurzfristigen Humus. Links MP ist Moleboard Plow, also der Flug. Und rechts NT ist No-Till. Und alles dazwischen sind verschiedene Stufen, je nach Intensität der Bodenbearbeitung. Also da ist ein Multisat dabei, da ist ein Strip-Till dabei, da ist eine ganz flache Bearbeitung dabei. Und man sieht natürlich die Menge, die da ausgestoßen wird. Wenn man mal guckt, bei 5 Stunden ungefähr 60 Gramm CO2 versus 1,4. Oder 160 versus 7 in 24 Stunden. Das ist natürlich schon immens. Also, das heißt, in dem Moment, wenn ich da durcharbeite, oder wenn ich irgendwann auch wieder aufhöre mit organischer Düngung, bewege ich die grüne Linie wieder nach unten. Bin dann natürlich in einem kurzen Moment an der Stelle, wo ich mehr Mineralisierung als Humusbildung habe, habe natürlich noch viele Nährstoffe verfügbar oder aufgrund der Bodenbearbeitung in dem Moment. Und bewege die neue Mitte wieder zurück zu meinen, in diesem Beispiel, 2,5% Humus. So, und jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Wir haben jahrelang gepflügt. Und jetzt machen wir mal was, was man eigentlich nicht macht. Eine direkte Umstellung auf die Direktsaat. Vom Pflug auf die Direktsaat. Was ich niemals empfehlen würde. Also, da wenn ich mir permanent Sauerstoff hier reinbringe, bewegen wir hier die rote Linie nach unten. Den Teil links, der unter der Linie liegt. Den ignoriert mal. Man könnte natürlich jetzt auch eigentlich sagen, man würde die Linie flacher oder steiler machen oder den Kurvenverlauf ein bisschen verändern. Aber es geht ja hier jetzt rein, der Vereinfachung halber geht es nicht anders. So, und jetzt habe ich natürlich, ich baue ja auch mehr Humus auf in der Direktsaat. Und jetzt guckt euch mal, wo die blaue Linie ist, wo euer derzeitiger Soil Organic Matter liegt. Guckt euch mal die Differenz an, an der Schnittpunkte zwischen der grünen Linie und der roten Linie. Und das ist genau der Teil, der euch nachher fehlt. Und warum es dann sein kann, dass wenn die Nährstoffverhältnisse nicht wirklich genau passen im Boden und wenn ihr echt wenig Humus im Boden habt und eine geringe, niedrige Kation-Austauschkapazität, dann kann es einfach mal knapp werden an ihm in einem Nährstoff, der, der gerade wenig da ist. Das kann auch auf einem sehr guten Boden passieren, wenn der einfach, wir haben es mal gesehen, sehr, sehr wenig Kupfer hat. Und der Boden kühl ist, aufgrund von Planting Green, dann will es am Anfang einfach nicht. Und diese Differenz dazwischen, die ist ein Problem. So, und genau hier ist der Punkt, wo ich sage, dass einmal die Kinsey-Probe und auch die Crosslot oder Nowak, das ist einfach eine Versicherung, weil ich da halt einen Unterfußdünger mitgeben kann, in welcher Form auch immer. Ganz mal nebenbei bemerkt, Phosphor-Unterfuß ist eh viel effizienter wie oben drauf streuen. Das spart auch noch mal eine Menge Geld. Das hilft mir im Endeffekt in dem Moment wesentlich weiter. Und wir haben Böden mit einer geringen Kation-Austauschkapazität. Wir können nicht, das letzte bisschen Wasser können wir nicht verschwenden bei uns. Die Humusgehalte sind auch nicht so wahnsinnig, also sind wir komplett darauf angewiesen. Aber auch selbst Versuche in England etc., die zeigen auch, selbst bei denen, die holen einfach mehr Ertrag mit raus. Aus dem Grund, dass sie den Nährstoff mit bei haben, dass sie weniger Boden bewegen, dass sie eine saubere Ablage haben, keine Seitenwandverdichtung, wie bei einer Ein- oder Zweischeibenmaschine. Und das sind halt da so diverse Vorteile. Aber das kommt niemand in einem anderen Video nochmal. Und die blaue Linie hier zum Ende, die will sich natürlich dann langsam nach rechts bewegen, zu einem neuen Mittelpunkt von 3,5% Humus. Was da quasi die Schnittmenge wäre, wo das Gleichgewicht wäre zwischen Humusaufbau und Abbau. Aber das kann man einfach fünf bis zehn Jahre dauern, bis die Linie da landet. Und so lange habt ihr eine schlechte Mineralisierung, weil es ist ja noch gar nicht genug Bodenleben da. Selbst wenn der Kohlenstoff schon kommt, der im Aufbau ist, grüne Linie, es fehlt die Biologie, die dann auch verstoffwechselt. Und die kommt nicht unbedingt sofort im ersten Jahr. Die braucht ein bisschen. Und ich sag mal, das Schlimmste, das eigentlich nach zwei, drei Jahren durch, wenn irgendwo was nicht passt, natürlich in der Trockenregion wie bei mir, da gehen die Erträge in der Drecksaat sofort hoch. In anderen Regionen, da kann es ein bisschen länger dauern. So, und dann gehen wir jetzt mal gedanklich in eine Situation. Da hat einer jetzt zehn Jahre Drecksaat gemacht. Und dann fährt da wieder einer mit dem Koba durch. Oder noch schlimmer mit dem Flug. Es wird für eine Menge, oder für einen Moment, eine ganze Menge mineralisiert. Und der Humusaufbau wird auch runtergefahren. Und jetzt habt ihr natürlich genau andersrum wie vorhin, an der blauen Linie eine große Differenz zwischen Aufbau und Abbau. Und da sind eine ganze Menge Nährstoffe, die in dem Moment verfügbar sind im Boden. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie Grünlandumbruch. Danach braucht ihr keinen Dünger. Das hat mein Vater damals schon vor fast 70 Jahren von seinem Großvater gelernt. Dass das ganze Getreide nach so einem Umbruch liegen geht, weil einfach viel zu viele Nährstoffe da sind. Ja, und durch diese Übermineralisierung bewegt man die blaue Linie, also unseren Humusgehalt. Und hier auch nach Bodentemperatur, je nachdem, also wie weit man vom Äquator entfernt ist, entweder schneller oder langsamer nach links. So, und wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anguckt, auf der ganzen Welt, je näher wir dem Äquator kommen, überall wo gepflügt wird. Und das reicht schon nur, wenn ihr mal von Schweden, das habe ich 2017 gemacht, da war ich im Dezember, war ich in Schweden, habe da oben, Entschuldigung, in Dänemark, habe da einen Vortrag gehalten, war schon kurz vor Schweden und bin dann zwei Wochen später zum Novak runtergefahren, nach Frankreich, Südfrankreich. Und da oben in Schweden, da ist der Boden kalt, da war es fast egal, ich sage mal nicht ganz egal, aber für den Humusgehalt war es fast egal, wie viele da rumflügen, da reichen die Temperaturen, nicht für die Verbrennung. Aber unten, in Frankreich, die Böden, die Tonböden, die waren komplett beige. So, wir waren zu zweit im Auto, ich sage, du, guck mal hier, im Wald, der Boden ist schwarz. Wir hatten Spaten dabei, ich sage, komm, wir geben mal einen Feldrand, wir gucken hier mal, wo das Grasland ist, sind da mit dem Spaten reingegangen und da war der Boden noch schwarz. Und das hat für uns ganz klar bedeutet, die Felder, die waren auch mal schwarz. Das ist nur einfach, aufgrund dieses permanenten Sauerstoffeintrags, weil in der Region sehr viel geflügt wird, haben die ihren kompletten Humus da verbrannt. Und das war so in Südfrankreich. Und somit müssen wir uns natürlich mal das Ganze mal ein bisschen weiterdenken. Nicht wundern, dass die Wüste langsam immer weiter nördlich kommt. Und guck mal, die größten Städte vor 2000 Jahren, die waren hier in unserem Bereich, fast alle in Persien. Jetzt schaut euch da mal um. Wie haben die da damals die Nahrung bekommen? Natürlich klar, das Klima hat sich ein bisschen verändert an der Region etc. Aber ihr könnt genau das gleiche in den USA sehen. Die größte Stadt damals war nordöstlich von Mexiko City, Teo Yucan. Da waren 100, 150.000 Einwohner. Da wächst heute nichts rundherum. Da ist nur noch, ja man muss wirklich sagen, Wüste, Dreck und Steine. Da werden ein paar Kakteen angebaut und bewässert noch. Aber das war auch alles. So und dann hier noch was anderes. Eine sehr, sehr einfache Grafik, die für sehr, sehr viele Dinge im Leben gilt. Und nach rechts ist der Verlauf der Zeit auf der X-Achse und Y gibt es einmal oben positiv und unten negativ. So, jetzt mache ich irgendwas auf dem Feld. Ich sage mal, ich mache eine Bodenbearbeitung, ich mineralisiere. Das ist für dieses Jahr, für meine Früchte, die ich da anbaue, vielleicht erst mal ganz gut, weil sie eine Menge Nährstoffe haben. Oder ich nehme mir eine Schokolade. Das macht mich im Moment erst mal sehr glücklich. Oder ich appliziere vielleicht irgendwelche Biologie im Boden, die negativ wirkt. Und da ist man sich bei EM auch nicht ganz so sicher, was die da anrichten. Und die mineralisieren erst mal. Und das wächst natürlich super. Ist erst mal grün. Hey, toll, ne? Super Frucht. Aber dann geht es weiter. Mit dem Zeitverlauf stellt sich heraus, dass es langfristig ein Problem ist. Die Böden degenerieren. Wenn ich mir immer jetzt wieder Schokolade reinziehe, nehme ich zu. Und der Blutzucker spielt verrückt. Und die Energie, die ich am Anfang durch die Schokolade habe, die ist am Ende eher negativ. So, und das sieht im Boden auch nicht anders aus. So, jetzt hier noch eine nachträgliche Ergänzung. Das Beispiel mit den Süßigkeiten oder der Schokolade. Das ist jetzt mal gar nicht so schlecht. Jetzt ist es ja einmal so. Wir hatten diese grüne Linie da oben. Unser Gehirn hat sich dran gewöhnt. Hat gedacht, hey, super, ne? Zucker. Jetzt geht es richtig rund. Und danach will es ja gerade wieder das Rote runtergehen. Und dann geht es nämlich los. Dann fängt der Teufelskreis an. Dann fragt der Kopf ja wieder nach Zucker. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Aber im Hintergrund baut sich ja permanent diese Down-Phase, die danach kommt, auf. Das ist ja ein gewisser Gewöhnungseffekt. So, und dann sind wir natürlich irgendwann an einem Punkt angekommen, wo wir bei der Diabetes sind. Und im Endeffekt, muss man sagen, unser kompletter Pflanzenbau hat sich ja auch daran gewöhnt, dass die Pflanzen im gewissen Sinne natürlich für Düngen etc. pp. gehypt werden, also gepusht werden durch die Mineralisierung, durch den Humusabbau. So, und das wird irgendwann queschen. Also im übertragenen Sinne könnte man sagen, unser Boden hat Diabetes. Vielleicht nicht aufgrund von Zucker, weil Exodate sind da nicht so viele, aber eher solche Sachen wie Nitrat. das führt zu Krankheiten und, und, und. Dann ist natürlich kein Wunder, dass wir so viele Fungizide, Insektizide, sonst was brauchen, wenn das ganze natürliche System einfach aufgrund dieser Krankheit im übertragenen Sinne einfach nicht funktioniert. Jetzt haben wir natürlich Glück. Wir sind relativ weit weg vom Äquator. Da kann das ganz schön lange dauern. Ich meine, die Länder, wo No-Till üblich ist, die sind ja viel weiter südlich. Mal so ein bisschen als Relation. Der 48. Breitengrad, das ist die Grenze zwischen Kanada und USA. Das ist so, ja so ungefähr auch die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, Deutschland, Österreich. Mal so grob von der Höhe. Ein paar Kilometer weiter nördlich, ich sag mal so 100 Kilometer nördlich davon, können die ja teilweise schon nicht mal mehr Winterkulturen anbauen in Kanada, weil die ein Kontinentalklima haben. Wir haben ja den Golfstrom, sieht ein bisschen anders aus, ist dadurch nicht ganz vergleichbar. Aber wo ich darauf hinaus möchte, die Länder, in denen wir, oder die Gebiete, in denen wir uns in den USA mit vergleichen, die sind ja viel, viel weiter südlich. Die haben ja einen ganz, ganz anderen Sonnenwinkel und damit auch ganz andere Bodentemperaturen. Die haben viel, viel größeren Druck als wir. Und deshalb machen die ja auch schon ewig No-Till. Und von Südamerika müssen wir ja gar nicht anfangen. Die machen ja fast nur No-Till. Weil wir haben einfach darauf hin, dass wir soweit nördlich sind, einen geringen Sonnenwinkel haben. Wir haben einfach mehr Zeit. Und das war's. Jetzt aber wieder zurück zu der Stelle, wo ich bei Minute 13 aufgehört habe. So, jetzt mache ich aber das genaue Gegenteil. Ich gehe mal durch ein kurzes Tal, was Probleme machen kann. Also das habe ich ja vorhin erklärt, wenn die Nährstoffe da fehlen, dann wächst nichts richtig. Wobei ich mir hier natürlich die Frage stellen muss, wie kann ich diesen Moment kompensieren. So, und da kommen wir bei der Crossload oder Nowak an. Ich kann Unterfußdünger genau passend daneben applizieren. Ich kann mit einer Kinsey-Düngung vorher gucken, dass alles passt. Ich suche mir ein Jahr raus, wo es nicht ganz so die Probleme gibt. Oder ich mache diese ganze Umstellung peu à peu. Und da gewöhnen dann zum Beispiel diese Strip-Till-Sail-Maschinen, wobei ich da jetzt eher eine Missouri sehe, weil die weniger bewegt. Da kann ich natürlich langsam Jahr für Jahr auf eine Direktsaat umstellen. Am Anfang noch richtig tief Strip-Till auf fast 30 cm durchziehen. Und dann mache ich einfach Jahr für Jahr jedes Jahr 5 cm weniger. Und am Ende irgendwo bei 8 cm, glaube ich, das Minimum, was Sie können. Alle 30 cm. Das ist dann schon relativ nah an der Direktsaat dran. Solange ich da nicht anfange, mit irgendwie Kelly-Ego oder sonst was parallel darum zu spielen. So, auch wenn man diesen droppt den. Darum drehen sich ja eigentlich die meisten Videos. Wie kriege ich diesen Drop am Anfang? Wie kriege ich den ausgeschaltet? So, und langfristig habe ich dann natürlich einen Humusaufbau im Boden. Und mein ganzes System funktioniert besser. Meine Erträge steigen. Und meine gesamten Ausgaben. Pflanzenschutz, also Fungizide minimieren sich. Das geht sehr, sehr schnell. Insektizide gehen fast auf null. Herbizide werden immer weniger. Und ich bekomme Nutrient-Dense-Food. Also nährstoffreiches Essen. Dann sind wir bei einem Punkt. Gesunder Boden, gesunder Pflanze, gesundes Tier bzw. Mensch. Ja, und damit schließt sich ja auch eigentlich der Kreis wieder. Weil, ich sage jetzt mal, das Salatblatt essen, das ist natürlich am Anfang nicht so sonderlich motivierend. Dann gehe ich in diesen roten Bereich. Und das kann natürlich auch zu so einer anfänglichen Verschlimmbesserung, so wird das teilweise genannt, führen. Wo es am Anfang halt so einen Drop gibt, weil der Körper ist es ja echt erstmal gewöhnt, dass er permanent mit irgendwie was gefeuert wird. Aber langfristig gesehen geht dann halt die grüne Linie nach oben. Und das ist ja halt bei allem, was der Mensch macht. Der Mensch ist immer so auf den kursfristigen Erfolg erstmal aus. Der langfristige, der wird ja meist gar nicht beachtet. Gucke ich mir jetzt irgendwie auf Netflix irgendwie eine Serie an oder sonst irgendwie was, ja, das ist im Moment natürlich total entspannt. Und Entspannung muss auch manchmal sein. Aber dauerhaft bringt mich es natürlich nicht weiter. Da bin ich wieder genau bei dem, wo am Anfang oben die grüne Linie ist und nachher unten die rote. Und wenn ich jetzt anfange, hier Sport zu machen und ich sage mal, bei mir Mountainbiken, dann ist natürlich am Anfang erst mal, boah, nee, das ist anstrengend. So, aber auf Dauer geht es dann wieder immer besser und macht auch wieder immer mehr Spaß. Und das ist überall oder in sehr, sehr vielen Dingen im Leben, im Boden, in der Natur ist es ähnlich. Ja, und deshalb hier zum Abschluss nochmal ganz entscheidend, wir müssen in das Zentrum von diesem Dreieck kommen. Weil die meisten von uns, ich denke mir jetzt mal nicht die Leute, die jetzt hier zuschauen, aber die meisten von uns Landwirten, sind Bodenphysiker. Weil die beschäftigen sich damit, wie sie für einen kurzen Moment eine Struktur aufbauen, diese später, die sich dann selber wieder zerstört. Das ist eigentlich auch verrückt. Wie bringe ich Sauerstoff ins System? Aber naja, und mache einen Boden instabil, der sich sehr, sehr leicht wieder verdichten lässt. Das haben die in Paraguay ja sehr gut verstanden. Die machen die Bodenbearbeitung nur im Straßenbau. Zerstöre ich einen Boden mit Scheibenegge und Gruber, kann ich ihn danach sehr leicht verdichten und eine Straße draus machen. So, manche von uns, die beschäftigen sich auch schon mehr mit Kinsey und Co. Da sind wir immerhin schon mal auf dieser Linie da. Da sind wir Bodenphysiker und Chemiker. Und wenn ich den Boden jetzt auch noch in Ruhe lasse, dann fange ich an, mich in der Mitte von diesem Dreieck nach oben zu bewegen. Dann wird mich die Biologie noch mit aktiv. Oder vielleicht beschäftige ich mich auch damit, wie ich die richtige Biologie reinkriege. Da sind wir aber noch ganz, ganz am Anfang. So, und wenn wir da in der Mitte landen, dann haben wir gutes Getreide, gesundes Getreide, wenig Ausgaben, gesundes Brot, was wir essen können, gesunde Schweinchen, beziehungsweise, wenn ich mal genau reingucke, das ist ein Sparschwein. Das heißt, wir haben gute Einnahmen mit geringen Ausgaben. Und es ist natürlich die Frage, ob wir uns dann einfach mal dazu bewegen können, zu genügen mit der Fläche, die wir haben und nicht weiter rumspinnen müssen, dass wir uns gegenseitig alles wegklauen. Weil in dem Moment haben wir wieder verloren und die Pachtpreise steigen. Wenn wir aber einfach mal sagen, wisst ihr was, ich bin mit der Menge an Fläche, die ich habe, zufrieden und ich gucke mal, dass ich da einfach das Maximum raushole, anstatt mich parasitär zu verhandeln gegenüber der gesamten Landwirtschaft oder gegenüber meinen Nachbarn oder sonst was. Bringt ja kein weiter. Dieses gleiche Bild, das sieht man auch sehr häufig abgebildet, drei Kreise, die in der Mitte eine kleine Schnittmenge haben. Das ist eine andere Form der Darstellung. Ich habe einfach nur gedacht, ich mache mal was anderes, ich nehme das Dreieck und ich finde das mit dem Zentrum da ganz schön. Also, ja, denke mal schön nach über das Ganze und wie gesagt, nicht bis ins allerletzte Detail, es ist eine Veranschaulichung, die aber inhaltlich faktisch dem Großen und Ganzen passt, denn das sind Pi mal Daumen die Sachen, die im Boden passieren. Also, macht's gut. Das ist ein Vielen Dank.